Hallo, heute wollte ich euch etwas zu Suchmaschinen erzählen. Google selber kennt ihr ja, Google hat einen eigenen Index, Google hat viele weitere Dienste, sehr bekannt und habe ja auch schon verwendet, die Bildersuche, aber Google hat natürlich neben der normalen Suche und der Bildersuche ja auch noch so Sachen wie Mail, Übersetzer, den Chrome Browser, Online Office, aber auch zum Beispiel Google Books, wo ich eben in Büchern suchen kann. Also von daher ein sehr umfangreiches Angebot, wo ich suchen kann. Google Scholar ist komischerweise nicht verlinkt. Hier kann ich in wissenschaftlichen Papern suchen und kann so Informationen finden, was die Wissenschaft eben herausgefunden hat, wie was funktioniert. Und genau. Bekanntestes gegenüber ist sicherlich Bing von Microsoft. Bing selber hat einen geringeren Umfang an Möglichkeiten, neben Videos, Shopping, Karten, News und Office. Also ein kleinerer Umfang, aber Bing hat eben einen eigenen Index, das heißt, ich kann hier Sachen finden, die Google vielleicht gar nicht bei sich im Index drin hat. Yandex ist das russische Pendant. Das hat auch recht viele Möglichkeiten, wie ihr seht. Bilder, Video, Mail, Maps, eigene Browser haben sie auch, Translate. Und Yandex ist vor allem dann stark, wenn wir Richtung Osteuropa, Russland, aber auch Europa, EU suchen. Ich habe gehört, dass sie außerhalb nicht ganz so toll sein sollen, vor allem so Afrika, Südamerika und Ähnliches. Habt aber keine Erfahrungen drin. Quandt dagegen ist wohl relativ unbekannt. Das ist eine Suchmaschine aus Frankreich. Und auch diese hat einen eigenen Index. Die Produkte sind noch recht übersichtlich. Eben Maps und Search und etwas für Juniors. Also für Jugendliche. Gut. Dazu kommt jetzt noch etwas, das viele Leute nicht wissen. Auch wenn ich auf Google.com bin, lande ich wohl auf Google.de, weil, wie ihr seht, ist ja auch hier alles Deutsch. Gut, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen spekulativ von mir, aber sonst würde es mich wundern, warum Google, wenn ich hier oben NCR eingebe, was für No Country Redirect steht. Jetzt auf einmal Englisch ist. Also jetzt bin ich nicht in mein Land zurückgeleitet worden. Jetzt kann ich praktisch den Google-Datenbestand außerhalb der EU durchsuchen und der kann ja sehr wohl abweichend von dem sein, was ich mit Google.de finde. Baidu, das macht es natürlich ein bisschen schwierig. Ich kann keine chinesischen Schriftzeichen lesen. Ich sehe noch, sie haben hier wohl auch eine Bildersuche. Also vielleicht kann dieser Bereich zumindest auch mal interessant sein oder ich muss halt sehr viel mit Übersetzen arbeiten. Neben diesen Suchmaschinen, die einen eigenen Index haben, also selber auf die Suche gehen, was es im Internet so gibt, gibt es auch Suchmaschinen, die sich auf diese Ergebnisse beziehen. Ein interessanter Vertreter ist hier bei Ecosia, eine Suchmaschine aus Deutschland, die ihre Überschüsse in neue Bäume steckt. Also wenn die mit Werbung Geld verdienen, dann finanzieren sie natürlich sich selbst, ihre Mitarbeiter und dann spenden sie wohl auch einen beträchtlichen Anteil. Ecosia selber nimmt die Suchergebnisse von Bing. Also sie verändern sie sicherlich ein bisschen, aber im Wesentlichen habe ich hier eben den Bing-Datenbestand. Sehr bekannt ist sicherlich auch DuckDuckGo. Auch die haben eigentlich keinen eigenen Index im eigentlichen Sinne, sondern sie verwenden viele unterschiedliche Quellen, um dann ihr eigenes Ergebnis aufzubauen. Wenn man auf Wikipedia nachschlägt, dann sagen sie ja, dass DuckDuckGo eben Wikipedia als Quelle nutzt, aber auch Bing, Yahoo, wobei Yahoo selber ja auch wieder Bing als Suchmaschine hat oder Yandex. Also von daher ist DuckDuckGo im Endeffekt eher so eine Meta-Suchmaschine, also eine Suchmaschine, die mehrere unterschiedliche Suchmaschinen befragt, um eigene Quellen zu generieren, äh, eigene Ergebnisse zu generieren, genauso wie MetaGare. MetaGare hat auch sehr viele unterschiedliche Suchmaschinen, die sie eben nutzen, um dann aus diesem Ergebnis ein eigenes Ergebnis zu generieren. Neben diesen, äh, ja, doch zum größten Teil sehr bekannten Suchmaschinen gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Suchmaschinen. Hier könnt ihr mal in der, äh, Suchmaschinen Datenbank stöbern. Entweder kann ich hier suchen oder ich kann sie mir auch nach Themen aufbereiten lassen. Ähm, nicht alle dieser Suchen werden auch wirklich gut sein. Also ich habe da auch schon, äh, welche gefunden, die da zwar eingetragen sind, aber die eher, ähm, ernüchternde Ergebnisse hatten. Ähm, so, also ich habe zum Beispiel noch keine gute Suchmaschine für soziale Netzwerke, also, gefunden. Meistens ist man dann doch über die großen Anbieter nicht schlechter versorgt als das, was dann irgendeine Spezialsuchmaschine macht. Aber im Einzelfall kann es halt trotzdem interessant sein. Die haben ja auch relativ viele Informationen, ähm, auf ihrer Webseite gepackt, zum Beispiel, welche Suchmaschine in Deutschland eigentlich wie häufig genutzt wird. Und wir Deutschen sind wohl starke Anhänger von Google, wie man sieht. Ja, ein paar Filmchen darüber und so. Ja. Genau. Dann, ähm, habe ich, glaube ich, für dieses Thema nichts mehr. Also einfach die wichtige Kernbotschaft. Es gibt unterschiedliche Suchmaschinen, die haben unterschiedliche Datenbestände. Und das kann eben dazu führen, dass ich eine Information in der einen Suchmaschine finden kann, in der anderen Suchmaschine aber nicht. Und von daher, wenn ihr etwas wirklich sucht, dann nutzt einfach mehrere Suchmaschinen, nutzt nicht nur die eine, nutzt auch meine Meta-Suchmaschine. Vielleicht kommt dann das Ergebnis doch, äh, das ihr eben erst mal nicht gefunden habt. Ich werde jetzt auch noch ein weiteres Video drehen, wo wir mal, ähm, gucken, wie man seine Suchanfragen verbessern kann. Ähm, genau. Also, dann macht's mal gut. Ciao, ciao.